Das ist das Maxflex Modell Ludwig. Ludwig ist ein klassischer VS-Sackle mit Stilrichtung Dressur. Sein Blatt hat ein wenig Vorschnitt. Er kommt mit zwei Paar Kniepauschen, die allerdings mit Glett befestigt sind, so dass man hier individuell auf die Wünsche des Reiters eingehen kann. Er hat eine schöne, angenehme Sitztiefe, die dem Reiter einen guten Halb gibt. Der Ludwig ist ab Werk mit französischen Kisten ausgestattet. Auf Wunsch können wir statt der Langgurtung auch eine Kurzgurtung anbringen. Untertitelung des ZDF, 2020